Ich habe eine Brieftaube in meinem Soll, die ist gar ergeben und treu. Sie nimmt mir nieder, zieht so kurz und fliegt auch nie vorbei. Ich sende sie viel tausendmal auf Kundschaft täglich hinaus, vorbei an manchem lieben Ort bis zu der liebsten Haus, bis zu der liebsten Haus. Dort schaut sie zum Fenster heimlich hinein, belauscht ihren Blick und schritt, gibt meine Grüße scherzend ab und nimmt ihren mit. Keine Briefchen brauch ich zu schreiben mehr, die Tränen sind's geb ich ihr. Oh, sie verträgt sie sicher nicht, gar eifend in sie mir, gar eifend in sie mir. Bei Tag, bei Nacht, im Wachen und Traum, ihr gilt das alles gleich. Wenn sie nur wandern, wandern kann, dann ist sie überreich. Sie wird nicht mild, sie wird nicht matt, der Weg ist jetzt hier neu. Sie braucht dich locker und braucht dich lohn. Die Tau, wieso mir treu? Die Tau, wieso mir treu? Die Tau, wieso mir treu? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020